Ich YouTube, also bin ich. Ach, kommt mir irgendwie Griechisch vor. Altgriechisch vielleicht? Sei es mit Willen. Auch ich hab ja irgendwann mal hier angefangen. Also, das soll heißen, mein Meister. Ich bin ja noch nicht ganz so lange dabei, aber mein Meister auch schon seit Ende 2009. Tja Leute, ich kenn sogar die typischen Sternchen für die Bewertung noch. Ach, das Markenzeichen von YouTube. Die gibt's heuer ja schon eine Weile nicht mehr und viele haben ihnen nachgeweint. Viele? Naja, also, mein Meister, der war zu der Zeit ziemlich aktiv im Hilfeforum hier auf YouTube und da hat er mir von einer ganzen Reihe von Threads erzählt, wo sich die Leute darüber beklagten, dass sie einen Downloader an der Backe hätten, der immer dafür sorgen würde, dass sie nie 5 Sternchen hätten. Häufigstes Ende eines solchen Threads war der Wunsch, YouTube möge die Sternchen doch einfach abschaffen. Das Users Wunsch war Googles Befehl und eines schönen Tages waren die Sternchen weg, und die Daumen da. Schlimm. Und so haben natürlich dann andere auch darauf reagiert. Man kann es eben niemals allen recht machen. Auch das ist YouTube. Eine weitere Seite YouTubes ist, und das auch nicht erst seit gestern, die Kommerzialisierung. Mein Meister und ich empfinden das gar nicht mal so krass, denn dass auch Freunde Werbung schalten und Geld verdienen konnten, war bereits normal, als die Queen ihren Thronsaal eröffnete. Heute sind es eben ein paar mehr, die ein Adressenzkonto haben. Ob sie damit auch Geld verdienen, das ist eine andere Sache. Mein Meister hat mir damals mal erzählt, was er vor YouTube gemacht hat. Na klar, Leute, es gab ein Leben vor YouTube. Also jedenfalls hat er sich in Sachen Computergrafik und Fotografie umgetan und an seinem Heimatort ein paar Mal eine Ausstellung ausgerichtet. Wenn ich mich recht erinnere, meinte er, das sei sündhaft teures, in Gold gepresstes Latinum vor die unkultivierten Säue in der schwäbischen Provinz gewesen. Ich verstehe das zwar jetzt nicht so ganz, aber er meinte wohl, dass sich keine Sau dafür interessiert hat. Als mein Meister dann seinen Account eröffnete, fing er an mit dem, was er zu können glaubte. Doch was soll ich sagen, Freunde? Das ist YouTube. Schnell waren andere kreative Fertigkeiten entdeckt und das Vorlesen von Geschichten war erst einige Zeit später dran. Hat mein Meister nun also seine angestammten Pfade verlassen, um sich auf die Jagd nach dem schnellen Erfolg zu machen? Ich denke eher nicht, denn Leben ist Bewegung und Stillstand ist der Tod, sagt ein weises Sprichwort. Warum sollte das auf YouTube anders sein? Viel wichtiger ist doch, dass man sich selbst treu bleibt. Dass man die Dinge tut, die man selbst gut findet. Ob das dieselben Dinge sind wie gestern oder nicht, ist doch ohne Bedeutung. Was mein Meister, den alten Poeten und mich zuweilen ins Grübeln bringt, ist die zunehmende Ausrichtung auf einige wenige der großen Kollegen am Platze, während kleine Kreative unterzugehen drohen. Die neu entstehenden Netzwerke wie Media schwach mit ihrem Zugpferd Klickbum verzerren den Wettbewerb zusätzlich. Beängstigend ist hier allerdings vor allem die nachlassende inhaltliche Qualität der Beiträge. Zuweilen scheint es, als könne ein Beitrag gar nicht dumm genug sein, wenn er viral werden soll. Für alle zufälligen Besucher YouTubes sieht es dann durch einige wenige so aus, als hätten alle YouTuber einen an der Klatsche. Bei Klickbum und Konsorten will ich Ihnen ja nicht widersprechen, aber das gilt doch nicht für jeden hier. Schade, dass dadurch die Kultur schon im vorauseilten Gehorsam auf der Strecke zu bleiben droht. Doch wie hieß es eingangs? Ich YouTube, also bin ich? Das, was ich euch von meinem Meister und seinen Ausstellungen gesagt habe, gilt heute noch genauso wie seinerzeit und auf der anderen Seite ist YouTube die größte soziale Plattform ihrer Art, weltweit, mit seinen fantastischen Möglichkeiten. Mein Meister und ich haben Menschen kennengelernt, denen wir ohne YouTube niemals begegnet wären, in gutem wie im negativen Sinne. Diebe, Betrüger, Hater und Ähnliches sind ständige Begleiter auf YouTube. Aber es gibt die schweigende Mehrheit, die oftmals richtig gute Freunde geworden und dies auch wert sind. Inzwischen hat mein Meister mit zwei Kanälen mehr als eine halbe Million Aufrufe erzielt und er meinte, seine Ausstellung zu Hause hätten vielleicht 20 bis 30 Leute gesehen. Seine Eltern und die Freunde, die er selbst hingeschickt hat. Warum ich euch das erzähle? Da ist doch klar. Ich YouTube, also bin ich. YouTube ich nicht, bin ich auch nicht mehr. Auch wenn meinem Meister längst nicht alles gefällt, was die Updateflut und die Famebuchen so mit sich bringen, so ist es doch wie schon gesagt. Es gibt schlicht keine Alternative zu YouTube. Und mal Hand aufs Herz, Leute. Mein Meister wohnt auf dem Land. Da gibt's noch Mistgabeln in der Nachbarschaft. Was würden die wohl zu einem lippenlosen Schatzgesicht wie mir sagen? Mein Meister kann mal ne Runde flach liegen, aber hier ist unser Platz. Wir YouTuben, also sind wir. Das ist unser Platz. Bis zum Schluss. Das ist unser Platz. Das ist unser Platz. Dann haben wir uns mit dem Verkäufer, wenn er dann wenn er nicht mehr Dann haben wir uns